Wir hatten ein Reparatur-Set. Öle. Wähle ein Öl aus. Wo ist das Öl? Nekrophagenöl. Wähle. Ja, danke, aber das will ich jetzt momentan nicht. Alter, wir hatten... Von wo? Da, ein Reisezeichen. Ja, schön für dich. Da, der Auftrag. Sonst gibt's keine Aufträge mehr hier. Aufträge. Es sei hiermit kundgetan, dass die Kaiserliche Armee jemanden sucht, der sich im Gebiet auskennt. Ein Jäger oder Kundschafter und der uns hilft, eine vermisste Patrouille aufzuspüren. Es ist möglich, dass die Soldaten einen Monster zu Opfer gefallen sind. Trifft dich zu, erhält diejenige, der den Kopf des Monsters sowie zusätzliche Informationen über den Vorfall liefert, und eine Belohnung vom Unterzeichnenden. Ehre dem Kaiser, Milan Noran, Kommandant der im Erzdorf stationierte Division. Sprich mit Kommandanten der Milikaritischen Patrouille, alles klar. Ich hab Sie gefragt, wie ich meinen Saufkerl bloß zu Verstand bringen soll. Toll, der war gerade um die Ecke. Äh, um die Ecke, nicht in die Ecke. Glaubst du, dass das stimmt? Gleich ist wirklich. Schon von der Friedrichgade gehörtst du dich etwa verpflichtet? Dein ist weit war auch gedient. Anderlinge. Was führt dich her? Ich habe eure Nachricht gelesen. Wer kann mir etwas über das Monster erzählen? Ja, ich. Eine Patrouille ist verschwunden, irgendwo am Südufer des Sturmsees. Wir wollen wissen, warum. Warum sollte das Arbeit für einen Hexer sein? Südlich von hier leben ein paar Ziegelmacher. Im Dorf Kleinweg. Jetzt ist es fast leer. Viele haben es verlassen. Wir zählen von einem mordenden Monster. Dort reiben sich keine Redania rum, das wäre dumm. Und Räuber greifen keine Kaiserlichen an. Das wäre noch dümmer. Also bleibt nur eines. Ein Monster. Du musst herausfinden, was mit dieser Patrouille passiert ist. Im Königreich ist das Leben seiner Soldaten viel wert. Finde heraus, was geschehen ist. Die Belohnung wird anständig sein. Wehe, wenn nicht. Ich brauche mehr Geld. Das Angebot ist viel zu niedrig. Drei hundert. So viel können wir zahlen. Abgemacht. Ich finde heraus, was mit eurer Patrouille geschehen ist. Und ob es wirklich ein Monster in Kleinweg gibt. Gut, gut. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle drei Monate baden? Ich habe dich in Wysima gesehen. Danke. Ich habe dich nirgendwo gesehen. Na dann. Ich finde heraus, was im Kleinweg passiert ist. Kleinweg liegt. Da. Und da sind ein paar Fragezeichen. Cool. Ein paar ist gut. Ach du eilige Leute. Ach. Ab zum Steg. Wurde es noch nicht markiert? Na komm hoch. Aber bevor wir das machen. Erstmal. Juhu. Die Objekte wurden wieder aufgefüllt. Ui. Nicht so schnell. Und gib Gas. Los geht's. Über die sieben Meere. Von Willen. Wisst ihr, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt? The Legend of Zelda. The Wind Waker. Jetzt blöste nur noch das Boot dumme Kommentare von sich geben. Entschuldigung, der König von Hyrule. Hyrule. Wie auch immer. Falls ihr nicht wisst, von was ich da rede, empfehle ich euch dringend, das Spiel mal zu spielen. Ob mir Let's Play davon auch nochmal nicht schlecht wäre. Ob eine gute Idee wäre. Ich weiß es nicht. Ich hab da nämlich ein paar andere Sachen noch im Kopf. Ein paar andere Projekte noch im Sinn. Was sind das? Ertrunkene? Der haut ab. Nein. Alter. Quinn. Der ist abgehauen. Meine Fresse, wie schnell er laufen konnte. Habt ihr das gesehen? Was höre ich denn hier? Ein magischer Ort. Mein Amulett. Was im Real Life mein Controller ist. Vibriert. Von der Richtung. Wow. What? Wenn man vom Teufel spricht. Warte. Hat Quinn aufgehört zu wirken? Äh, 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 äh. Hier. Oh, stopp. Ach so. Fuckin. Ah. Oh, ich hab ihn getroffen. Äh, 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 äh. Ja, komm, komm, komm zu Papa. Wow, 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 was? 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 Ich hatte noch die Hälfte meines Lebens. Was? Was? Zum Teufel, wie ging denn das jetzt gerade? Nee, ich muss jetzt die ganze Reise nochmal machen? Was? Boah. Boah. Ich habe gerade das Viecher gefunden, was mein Missionsziel ist. Jedenfalls kann ich mir sonst nicht irgendwie anders das Totenkopf-Symbol erklären, was bei ihm aufgetacht ist. Lad mal schneller, bitte. Huch, nein, 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 nein. Steh auf. Huch, Alter, wie mich das nervt. Da ist der Ertrunkene. Komm her, Ertrunkene. Ah, du bist gar kein... Oh, oh, oh. Huch, nein, 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 nein. Huch, nein, 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 nein. Boah. Boah. Wasserweib. Jetzt habe ich es endlich gelesen, was du bist. Boah. Huch. Hoah. Herzogenwaffen... äh, Wasser... Wasserweibzine. Oh, 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 oh. Du bist erstens hässlich und zweitens verdammt stark. Wo war das Viech? Irgendwo da oben. Da ist es. So, jetzt mache ich mal diesen hier. Ja. Ja, wo bist du hin? Boah. Äh, äh, Quenzeichen. Level wie viel? 77? Darum hat er mich besiegt. Boah. Renn. Renn doch. Mann, renn. Alter, vergiss es. Gegen den komme ich nicht an. Oh, nee. Wenn er das Viech ist, das uns besiegt hat, äh, das, äh, das das Missionsziel ist, dann habe ich verkackt. Und ich habe dafür nur 300... Ich habe dafür nur 300 verlangt? Boah. Wisst ihr was? Wir haben uns zu sehr jetzt auf die Umwege gemacht. Ich packe es nicht hier, den hier, äh, zu besiegen. Keine Chance. Habt ihr sich ja auch schon selber gemerkt? Verdammt, jetzt wird mir warm. Weil ich mich so sehr aufrege. Jetzt versuchen wir... Mh... Den Baron zu finden. Nee, vorher möchte ich noch zwei Fragezeichen erkunden. Okay. Ah, der Ningen erhöht den Schaden, den ich bewirke. Schüssigowski, Alter. Boah. Und wo Guhle sind, da sind Leichen ihr Freund. Die sind auch im Level 77. Auf was habe ich mich hier eingelassen? Auf was zum Teufel habe ich mich hier gerade eingelassen? Leute, so macht das Spiel keinen Spaß. Wir sind gerade in Level 5 und die schicken uns Level 77 Monster auf den Hals. Ach, Hinde. Hab keine Geduld mehr. Ja. Quests. Herr in des Waldes. Ich wollte die Herrin des Waldes. Lutica, Veron. Oh. Erfohlen, Stufe 22. Und die Viecher sind... Und die Viecher sind... Das habe ich alles abgeschlossen. Boah, nie. Lies, die Herrin des Waldes. Laut Notizen, die zu Hause bei Hendrik, dem Nilfgaardischen Agenten, gefunden wurde, hatte sie wie eine Archetype mit einer Hexe in Wehlen. Zuerst dachte Gedald, bei dieser Hexe handelte es sich um Kira Metz. Doch später erfuhr ihr, dass Hendrik eine andere Person meinte, die im Buckelsumpf lebte. Also begab sich der Hexe in den Sumpf, um die Hexe zu finden, die dort lebte. Lies, die Hexerin des Waldes. Inventar. Verhebt aber auch immer. Hendrik sagt jetzt so. Und hat ja auch Blut. Wo ist es denn? Scheiß Pro. Finde ich blöd? Ich verirne das Brief nach der weißen Kälte. Was aber hier? Auftrag vermisster Soldat. Bruder, wo bist du? Brief an Alexander. Wolfslebach. Lecker. Ich seh's irgendwie nicht. Seht ihr's? Über die Hagd. Dokument. Speise und Blut. Blut durchleimte Militärbriefe. Werner Versbrit. Werner Versbrit. Werner was wüsste. Herrin des Waldes. Ach nee. Die Götter haben uns verlassen. Den Mächtigen dieser Erde kümmert unser Schicksal nicht. Nur die Herrin des Waldes wacht überwählen. Mit schlimmen Stunden an Krankheit und Hunger uns plagen müssen wir die Herrinnen um Hilfe und flehen. Wenn sie es für angemessen halten, erhöhen sie uns mit milder die Schläge des Schicksals. Und mildern, okay. Sie erflieht man die Hände. Wie können wir die Hände gehen? Was ist denn so? Was ist denn so? Was ist denn so? Was ist denn so? Also was ist zu tun? Quests? Hab ich ja... Was ist denn so? Oh Mann. Nicht schon wieder. Ich muss glaube ich niesen. Och nö. Der Nieser ist stecken geblieben. Der ist ganz schön stecken geblieben. Oh, das tut jetzt weh. Setze deine Hexe hinein, um einen Schrein zu finden, der den Anfang des süßen Pfades markiert. Immer noch hier? Sieht so aus. Ja, Moorham. Aber wo? Wo soll ich hin? Das zeigt mir in die Richtung irgendwie an. Alter, wie groß. Okay, willst du was? Blöcke. Komm her, bevor uns das Viech angreift. Kommst du wohl hier? Plötzlich, Blöcke. Und immer noch das... Wir haben immer noch diesen Greifenkopf bei uns. Juhu, über dem Wasser. Steig runter. Nee. Ab und zu wirklich jetzt. Ab und zu. Du regst mich ein bisschen auf. Geh halt. Die Richtung? Umdrehen. Nicht aufschlagen. Voller Kraft voraus. Setz dein Hexe hinein, um den Schrein zu finden, der der Anfang des süßen Pfades markiert. Alles klar. Alles klar, die Mission können wir vergessen. Level 77. Meine Fresse. Und das Spiel empfiehlt uns, Level 22 zu sein, damit wir das hier schaffen. Also, ich segle direkt auf den Punktentzug. So, sorry, da habe ich wohl den falschen Knopf gedrückt. Ähm, jetzt hätte ich fast schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Also, was ich sagen wollte, ich segle genau in die Richtung, in der das Ziel angezeigt wird. Da! Du elendige... Oh! Na los, segle. Segel los! Setz die Segel gerade voller Kraft voraus! Huch! Ja, alles okay. Um die Insel herum. Los! Meine Fresse! Hallo? Irgendetwas stimmt hier nicht. Spiel gespeichert. Juhu! Aber ich will nicht das Spiel speichern, sondern ich will... hier an dieser Insel vorbei. Na ja, komm, riskieren wir's. Oh, nee! Nee, 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 nee! Ich seh grad auf der Karte, da kommst du nicht durch! Ich brauchte noch ne Windanzeige, für da auch nochmal von wo der Wind kommt. Huch! So, an der Insel vorbei. Ab zum Punkt. Nichts, der Baron binden. Die Echsen vom Buckelzum. Was war das denn gerade? Schon wieder. Ah, seht euch den roten Punkt auf der Minimap an. Da hat uns was angegriffen. Hat's aber nicht geschafft. Ersch, Batsch! Schon wieder? Also sind wir nur gegen ne Welle gestoßen. Ich denk, das war jetzt dieses Mal ne Welle. Und ich weiß nicht, wieso, aber ich hab jetzt einfach mal Lust auf Pfirsiche. Mann, no, mach doch die Kamera nicht so dreckig, Gera halt. Huch, jetzt fängt's auch noch an zu regnen. Wow, 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 wow. Schneller. Schneller, Gera halt. Na los! Huch, der hat von uns abgelassen. Alter Schwede, was ist denn das für ein Fluss? Äh, Fluss See, meine ich. Land in Sicht Monster von rechts Backbord? Ich hab schon wieder vergessen Ich hab ein Déjà-vu Ich hab sogar in Rogue und Ne, in Rogue, genau Sogar im Rogue hab ich vergessen, wo Backbord und Steuerbord ist Ist das ein Steg? Oder ist das einfach nur ein Boot? Das ist einfach nur ein Boot Monsternest Äh, nee Wer weiß Vielleicht sind das Ghule Level 82 Äh, los, los, lass los Na, wirst du Das mitten ins Wasser springen müssen Die erheblich verbessern Aber ich glaub so schnell wird Kein Kein Spiel mehr kommen Ich hasse es, wenn es Den Falschen anvisiert Alter, mal Diese Diskussion Da sind ein paar von denen Hallo, hast du mir nichts hinterlassen? Na dann, vergiss es Er ist der nächste Er ist da ertrunken, oder? Ach, Menno Da ist er, der Sumpf Hier ist irgendetwas magisches am Werke Herr in des Waldes Finden die Moons am Werke Sumpf Der Sumpf